Aber ich will jetzt mit euch ein Video angucken, was schon ein Jahr her ist. Aber dafür muss ich eine Kurzverwandlung machen. Ich muss meine Haare kurz wachsen lassen. Und ich kann euch dazu so viel erzählen, was Hintergrund angeht. Wie die Geschichte angefangen hat von mir und Simon. Weil das Ding ist, der Weg zu Unge, sag ich mal. Diese Veränderung, was das in meinem YouTube-Kanal bewirkt hat. Und, und, und. Das ist alles so mächtig, Alter. Allgemein kleiner Spoiler. Der Flug nach Madeira hat 700 Euro gekostet. Ich bin zum ersten Mal Business Class geflogen. Warum und zwar nicht vor... Erklär ich noch alles im Video. Jetzt haben noch Leute gefolgt, wir sollen bei Evanyo vorbeigucken. Jetzt haben wir ein paar Leute auf Twitter geschrieben. Guck mal, da hatte ich 152.000 Abonnenten, Leute. Das war vor einem Jahr. 152.000 Abonnenten. Guck mal meinen Kanal an. Die Videos hatten, sag ich mal, so 40.000, 80.000 Klicks. Hier kann man sehen. Und heutzutage hat fast jedes Video über 100.000 Klicks so. 152.000 Abonnenten. Und heutzutage habe ich fast vierfache, würde ich sagen, jetzt an Abonnenten ungefähr. Das ist geisteskrank. In einem Jahr. What the fuck, Digga. 24 Stunden wie ungespielt essen. Ich weiß nicht, ob das eine Verarsche ist. Sorry, ich werde da viel erzählen drüber. Zwei Monate vorher, bevor Simon überhaupt darauf reagiert hat. Und dann haben viele meiner Zuschauer bei Simon in den Chat geschrieben, ey, reagier mal auf Evanyo. Reagier mal auf Evanyo. Und das Ding ist, bei Simon ist so, er kannte mich nicht. Man muss halt aufpassen. Simon ist ein sehr großer YouTuber. Wenn zum Beispiel irgendwas viele Leute schlagen, einen Nazi vor oder sonst so ein Scheiß. Man muss halt Simon das wirklich aufpassen. Jetzt hat er Evanyo erst mal auf die Blacklist getan. Und Blacklist heißt, wenn mein Name eingeht, würde direkt gelöscht. Doch, der Blacklist war Simon. Wisst ihr, was ich meine? Also ich hatte gar nicht die Chance, bei Simon dann irgendwie reinzukommen. Und dann hat Simon mich vergessen, von der Blacklist runterzunehmen. Dann wurde es spät, dass ich auf Simons Kanal, wie irgendein Mädchen, ich weiß nicht, wer das war, 24 Stunden lang wie Unge gelebt hat. Aber wirklich in schlecht. Aber ich dachte mir ehrlich, Digga, was ist das für ein Kack-Video, Digga? Ich weiß ehrlich, warum reagiert Simon auf sowas und nicht auf mein Video, wo ich mir wirklich meinen Arsch reininvestiert habe. Und ihr wisst ja, ich investiere wirklich sehr viel in meine Videos. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist mir, ey, scheiß drauf. Ich schreibe bei Simon einfach einen Kommentar. So richtig schäbig. Ich weiß, es ist schäbig gewesen, aber ich musste einfach. Und ich schreibe, hey, Simon, ich habe damals auch ein 4-5 Stunden-Video gemacht über dich. Ja, geil, wenn du mal reinstoppern könntest. Und ich hatte richtig Glück, weil Simon meinte, genau in diesem Moment war er genau gerade auf YouTube in den Kommentaren. Hat diesen Kommentar dann gesehen. Und hat am nächsten Tag darauf reagiert. Digga, es ist einfach passiert, Leute. Ich weiß sogar noch, an dem Tag war ich einfach draußen auf dem Fahrrad. Plötzlich kriege ich ganz viele Nachrichten. Ey, er reagiert gerade auf dich und hier und da. Und ich dachte mir, what the f- Oh, dieser Anfang, dieser Anfang. Let's go. Vegan, vegan, ich bin vegan. Vegan, vegan, ich bin vegan, vegan. Hallo, Leute, herzlich willkommen. Ah, geil, 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 geil. Ich werde mal probieren, 24 Stunden lang, wie ungespielt zu essen, aber auch wie er zu leben. Also sprich, ich muss Bäume knutschen. Ach so, ja. Dann viel Spaß. Und Fleisch vermöbeln. Also werden wir mal zu ungespielt. Wow. Ey, ich habe seit 2015 keine Dreadlocks mehr. Egal, wer irgendwie einen Jockey-Hörig macht, er hat immer Dreadlocks. Das Video war so aufgebaut, ich wollte die Vergangenheit von Simon reißen. Simon, glaube ich, er hat später gecheckt, wo ich noch 7 Dreadlocks hatte. Und später im Video verliere ich ja die Dreadlocks, wie Simon damals. Was macht ein Veganer so heimlich? Und jetzt wird's vegan. Ich stelle euch ein Frühstück vor, was ich geil finde. Ey, das ist so lecker, das esse ich bis heute noch. Porridge, einfach einen Bananen. Da wir Schleckermäulchen sind. Und wenn man halt noch ein Schleckermäulchen ist, kann man noch ein bisschen... Ich wusste, sie war mit Lachen darüber. Als ob ich das so gesagt habe. Wenn man ein Schleckermäulchen ist, kann man... Oh mein Gott, ich werde ganz rot drüber tun. Oh, ich habe Ahornsirup so richtig so... Bruder, er kippt aber gut rein, Alter. Ich finde die auch gut fett. Sieht ganz mystisch aus, aber... Sieht ehrlich mystisch aus, aber richtig bombig, Alter. Schmeckt einfach Haferflocken mit Schokogeschmack. Das ist ein bisschen Banane. Katie macht mir das fast jeden Morgen, wenn ihr da ist. Katie macht das auch immer für mich. Junge, er ist komplett verklatscht. Ey, dieser Junge ist komplett hängen geblieben. Und damit! Willst du mich verarschen? Geh, nein! Ey, dann komm doch her. Junge. Dann komm doch her, du Gericht. Vor allem so runtergezogen, richtig verkackt. Dünn ich hier noch wahr? Heutzutage bin ich wirklich ein fettiges, fettiges, fettfettstück. Hier bin ich echt noch viel dünner als jetzt heutzutage. Hey, ich sehe ich nur mehr. Ich habe hier mein Longboard und damit gehen wir jetzt raus. Oh ja! Also, wenn ich einfach... Ich schwöre, ich wollte mir ein Longboard kaufen. Ich dachte, kack drauf, ich mache es genau so. Wenn ich ein Longboard irgendwo herkriegen hätte, hätte einfach ein Blatt Papier mit dem Longboard drauf. Gift. Fleischesser. Wow, das ist wirklich eine geile Tour. Fleischesser. Ey, ich bin extra für diesen Scheißclip hingefallen. Meine ganz Hose wurde schmutzig. Das war es fair. Schokolade. Die vegane Schokolade von Rapunzel. Ja, die ist geil. Die ist sehr geil. Hm. Das ist in Euro, Junge. Das ist ja teurer als meine Draids hier. Galileanu ist so fett. Und ich bin unterst... Zum Mittagessen gibt es jetzt Döner. Oh. Er macht den veganen Döner, nachdem ich mal gekocht habe. Da ist jemand so sarkastisch. Aber gleich wird dein fetter Arsch lachen. Jetzt machen wir uns jetzt einen veganen Döner. Hallo, du Haare. Du hast die Haare schön. Du hast die Haare. Zuerst machen wir die Soße. Dazu nehmen wir Mayo ohne Ei. Riecht irgendwie ein bisschen komisch. Ja, ja. Die Mistsoße sieht ganz nett aus. Na ja, Döner macht so lange weiter in der Soße. Ne? Ah, ja. Da habe ich deinen dicken Popo. Da habe ich deinen dicken Popo. In dem Originalvideo habe ich Döner die Soße gegeben. Und Döner musste die Soße machen. Und er hat einfach auch gerade gesagt, Döner macht jetzt so lange weiter mit der Soße. Da ist einfach ein Foto von Döner an diesem Stuhl. Oh mein Gott. Ey, Junge. Ich muss sagen, ist schon komplett geisteskrank. Gefällt mir jetzt noch eine super süße Zwiebel. Oh, jetzt kommt das. Wenn ihr eine helle Zwiebel habt oder eine dunkle Zwiebel, dann nehmt immer die dunkle Zwiebel. Leute, wenn ihr die Wahl habt zwischen einer weißen Zwiebel und einer roten Zwiebel, nehmt immer die rote Zwiebel. Dreads waren wunderschön. Und ich hatte eine echt tolle Zeit mit ihnen. Aber es muss sich was verändern. Hey, du Süße. Boah, Alter, ohne die Dreads. Und jetzt können die Dreads nicht wieder im Po küssen. Boah, Alter, ich habe so geschwitzt da drunter. Ich meine, ich habe jetzt ein neues T-Shirt. Nice. Ich habe jetzt eine neue Freundin. Wisst ihr was? Deutschland geht mir schon so lange auf die... Ich wandere aus... Hallo... Portugal. Portugal. Ah, jetzt wo ich nicht mehr in Deutschland lebe, ein neues T-Shirt habe. Was könnte ich da machen? Ich könnte mich doch in meine Wohnung einsperren und durchgehend Livestream. Dann reagieren wir mal auf. Ich schätze, es ist so true, Alter. In der Zeit, ne? 700 Tanzverboten nur geguckt. Jeder Stream. Tanzverbot, 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 Tanzverbot. Und ein Albstündenspät. Der ist heute mal mit Tanzverbot. Ja, der hat doch bestimmt was Neues hochgeladen. 12 Sekunden. Ich glaube, diese Süßigkeiten probiert, diese veganen Süßigkeiten. Ja, der ist okay. Wenn man so richtig diesen übelsten Schokoflech hat, das ist so eine richtig fette Schokolade, okay? Aber diese Schokolade hier, die esse ich immer noch. Ich würde diese Schokolade einfach ablecken, Digger. Enthält Spuren von... ...geil Muschig. Du eine... ...Nirvana vegane Schokolade. Ich bin mal gespannt, wie die schmeckt. Oh, du kannst dich einfach so reinbeißen. Bruder, du musst ein Stück abbrechen, die auf der Zunge zergeht. Ach, Quatsch. Ein wie ein dicker Junge. Einfach nur, dass du jetzt diesen Genuss spürst. Bitte spüre den Genuss, bitte. Spüre den Genuss. Okay, ich muss echt sagen, der Riegel schmeckt echt gefühlt fünfmal besser. Was? Was? Der... Was? Der Riegel schmeckt besser als diese... Ey, du seid der Riegel, ne? Heutzutage weiß ich nicht. Ich schwöre es euch, Leute, ab und zu war der Riegel so geil. Obwohl es über den Riegel voll ist, dann ist die Schokolade nicht mehr so geil, weil dieser scheiß Riegel so überzuckert ist. Ich glaube, mit einem Tee knallt es ordentlich. Mit einem Tee knallt es ordentlich. So, Kinderketchup. Ich habe mir jetzt auch hier eine Kinder-Tomatensoße gekauft. Banaten schnell essen, das ist ehrlich schwer. Der erste kommt jetzt rauf. Ein Kilo. Und mit den Bananenresten kann man auch was richtig geiles machen. Und zwar... Junge, du kannst nicht gegen mich im Bett essen gewinnen. Gebt es jetzt zu. Boah, ungeklickt live. Wir haben nur drei Minuten zu. Simon hat zwei Siege. Ich habe zwei Siege. Wir haben vier Wettessen gemacht. Pizza-Wettessen, Schoko-Wettessen ging an Simon. Nudel-Wettessen. Döner-Wettessen ging an mich. Und das letzte Essen wird noch kommen. Evanio, wenn du mich herausfordern möchtest, in irgendeiner Food-Challenge, versuchen in jedem Ess-Challenge herauszufordern, sage dir, Bruder, du wirst es nicht schaffen. Ich weiß noch ganz genau, wie ich diesen Satz zum allerersten Mal gehört habe. Und ich dachte in diesem Moment so, ja, du musst nach Madeira. Klar, jetzt kann man sagen, natürlich willst du da Fame abstauben und hier mitnehmen und blablabla. Aber natürlich ist es eine riesen Chance, der ja eine absolut riesen Chance gewesen. Nicht nur, weil ich ein geiles Video raushau. Aber mit Simon da was zu machen, mich voranzubringen. Und ihr seht ja, es war ja in Anführungszeichen die beste Vision in meiner YouTube-Karriere gefühlt. Und ich habe noch einen Freund dazu gewonnen. Das ist so krass. Dann habe ich zu Panna gesagt, ey, willst du mitkommen? Wir fliegen nach Madeira. Wir haben Flüge geguckt. Krasse war, wir mussten noch im August zu ihm. Wir konnten nicht einfach im September oder so, weil Simon da ganz viel zu tun hatte. Und dann haben wir, nur ein Flug war noch frei. 700 Euro, Business Class. Wir haben es gebucht für 700 Euro. Ich hatte auf dem Konto, glaube ich, 1200 Euro oder so. Dann habe ich noch 500 Euro im Konto übrig gehabt. Ich habe mich bezahlt, oder auch Panna, damit wir nach Madeira können. Nie Business Class mal eben geflogen, aber es war nur noch Business Class frei. Es war keine 700 Euro wert. Aber wir haben das Business Class echt ausgenutzt. Wir haben da so leckeres Essen bekommen. Frische, warme Brötchen. Alles schön bekommen. Alles in den Po geschoben bekommen. Ich meinte dann einfach so, kann ich noch bitte ein Geblasenkrieg? Ich war natürlich, ich habe mir probiert, die 700 Euro rauszuholen irgendwie noch. Also mit dem Service. Das ist so krass, dass jetzt mal nach einem Jahr zu sehen und dann mal diese ganz Veränderung zu sehen. Das hat sich ja wirklich alles nochmal verändert, was YouTube angeht. Und das ist so, 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 so krass, das gerade für mich zu sehen, Alter. Ich bin ultra dankbar. Also wirklich, ich bin Simon so fucking dankbar. Aber ich bin auch jedem Einzelnen, gerade von euch, der hier gerade zuschaut, einfach nur dankbar, dass du gerade hier bist. Einfach nur dankbar für das, was ich heute habe, Digga. Und das ist einfach nur so echt, echt scheiße Kerl, Mann. Endlich mal auch selber so eine Position zu haben, wo man wirklich von YouTube leben kann. Also ehrlich gesagt, habe ich mir das gedacht, als YouTube angefangen, aber natürlich nicht, Digga. Ich habe mit den zwei Videos gemacht, habe ein paar Schwänze gelutscht. Es war nicht abzusehen, dass das passieren wird. Und das ist einfach nur schön, dass es passiert ist, Mann. Und das ist, ich bin so fucking fucking dankbar dafür, Digga. Das war zwei Tage lang. No Name Smiley. No Name Smiley. Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich weiß nicht, was du gerade tust. Aber du, Alter, du hast da was eingeleitet, ohne es zu wissen wahrscheinlich. Ich glaube, der hat niemals so viel mitbekommen, einfach. Und Ferdi-Fuchs nach Essen. Wie kommt man auf so einen Kommentar? Der Typ auch mit diesem Smiley. Digga, der Typ, ne? Der hat gerade so einen Ferdi-Fuchs gegessen. Guckt so mein Video nebenbei und dann so. Ja, Bruder, Digga, kannst du mal zwei Tage fertig? Digga, es war genau so. Einfach mal zwei Tage lang nur von Ferdi-Fuchs Sachen leben könnte. Ja, und da habe ich das ehrlich gemacht. Zwei Tage von Ferdi-Fuchs gelebt. Nichtercing is mir extra. Ja, ich bin eher Tag im Monatis. Ich bin eher Tag im Monatis. Ja, ich bin eher Tag im Monatis. Ich bin eher Tag im Monatis. Ich bin jamais unter uns, ich bin schon zue Wahlgemein. Und ... Ich bin nochmal zwei TageBS. Und dann wird's Come Slcomp.